So Sehr verehrte Damen und Herren, bitte Begeben sie sich in eine aufrechte Sitzposition, wir heben sie ab 90% So, geht los? 3, 2, 1 Abflug! Ausflug, Osiris, up and down, 90% Du weißt es, du kennst es Ichikarika, yeah, balabala, Luft Mit allen bekloppten und herzlich willkommen Bei GTA Ja, Stinkefingertheim Schade, keine Zeit mehr zu werden Aber sie hat da auch vorher so ein bisschen rumgewedelt Rumgewedelt? Minimal Wedel links, wedel rechts Schnell, was belüftet Jens, du siehst, ich bin in Cognito unterwegs Also wenn Frauen sagen, sie haben sich mal einen von einer Palme gewedelt Na, dann meint die ihre Frisur Ja, die Frisur Je nachdem wie die Frisur sitzt Ja, Frauen können sich da so eine komische Palme machen Oh Jens, Mann Nee, Damian Kann nicht anders Haha Es ist unfair dasselbe, echt Echt? Immer das Gleiche Ein Lenkrad Was für ein Lenkrad Stalingrad Nee, das war ein Lenkrad Rad? Stalingrad und Leningrad, das sind andere Sachen Haha Fahrradlenker Das ist ja schon wieder Lenker Nicht Lenkrad Wir haben uns ja heute sowas für pisstvoll lachen in der Schule Wir haben ja erst wieder da geguckt Oh, der ist ja auch gut Ja, der ist richtig geil Ich fahr hier einfach mal nach oben Ähm Ja, 90 Grad up and down Wen hab ich da jetzt überholt Nur ich kann das nicht Ich fahr kein 90 Grad Ich bin hier nicht Warum nicht? Einfach auf den 45 Grad nach oben fahren Ja Ja, nicht nur die Man suche sich einen festen Punkt Am besten ins Auto Weil das bewegt sich nicht What The Hell Ja, ich darf nochmal fahren Falsch Äh, bis irgendwann grün kommt Und dann springt man Auf die falsche Seite Über die Plattform Scheiße Oh, alles nochmal Ja Was können wir eigentlich Äh, nix Wir sind klassische Nix-Könner Ja So, jetzt machen wir das hier Ich hab da sein Weiß überholt Alter Genau so wie es hoch geht Jetzt wieder runter Was? Vorsicht Weiß Oh, was? Vorsicht! Ja, ich bin Ich bin noch im Flug Oh, super Oh, super Woo And here we go Here we go again Oh, nö Auf rüber Please Hast gesehen was für'n steilen Winkel Ich hatte Checking So kannst du das auch Nö Ich bin aber Voll vor deiner Nase gefahren Hm Achso, du hast mich hier in der Tube überholt Ja In nem schön steilen Winkel Mach ich auch gerade Der Dummy geht steil, ey Oh yeah Hui Also irgendwie No-Contact ist hier An der Runterfahrt schon, ne? Na ehrlich ein bisschen, ja Du hast wohl Grip, weil du kannst lenken Ja, und unten setzt du dann erstmal schön in die Federn, ey Ja Und springst erstmal wieder fast den gleichen Weg nach oben Ja, deswegen bremst man, ja Ich hab Vollgas gegeben Ja, es ist für langweiler Ach Ah, Dummy ist ein langweiler Wir haben's festgestellt Nö, nein, ich hab'n Frontflip gemacht Ja, ja Naja, hab ich Süßig drauf Zwischen zwei Arschbacken Oh Gott Das ist wie so'n Tor mit zwei Pfosten Oh, zwei Runden? Ja Ja, weil ich Ich ver... Ne, Popo Blanco Ah, verstehe Nach'n Preis fragst du nicht Doch Manchmal muss man auch nach'n Preis fragen Minimal Ach Jackie, was ist los? Jo, ich hab'n hier Ich bin irgendwie auch da öfter mal dran vorbeigeflogen Ah Wer ist da in Weiß vor mir? Ich Wer ist denn auf Eins? Wirklich? Okay Jackie Ist am Träumen Mhm Was, am Träumen? Ja, das kann sie gut Trollen Aber ich weiß nicht warum Nee, eigentlich nur jetzt gerade Nee, eigentlich nur jetzt gerade Pflanzen, Pflanzen Pflanzen Kleine Jackie Du bist am Trollen Du zeigst uns, dass du kannst Nein Ah, weiß ich nicht Ich, äh, ist spät Also wenn er wie immer groß ist Dann will er wie ne Musiker werden Musiker Explosion Nein, das kannst du so schön machen wir das nochmal Ja Uh, er ist da U, i, u, a, a Ceng, ceng, wala, wala, weg, weg Damian wird abgebremsen hier Front, left 316, no scope Äh, was? Nee, falsches Spiel Fuck Das war nix Geist Ich kann mich nicht Was 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 Huuuuii Schöne Pirouette Pretty fine, oh... Mann! Irgendwann schaff ich das Oooooooh Du Arsch Das heißt sie Arsch Ne Beleidigt wird bitte mit korrekter Form Ich hab's drüber geschafft und du Mit korrekter Form? Bist du schon wieder verkackt ey, das kann doch nicht angehen Nee, schon wieder nicht Fuck Nein Vorsicht Schildkröte Weg Ich mach mit Hahahaha Oh, guck mal hier an der Seite geht's auch unter Ja, sehr schön Ahhhh Mäaam, vollgas Oh, der Bena hat dort dran beendet, eiskalt Alles klar, ist klar. Ich finde, wie er dir so schön hat, geblickt in meinen Bauchnabeln. Oh Gott. Was ist die Meinung? Verhext. Hm, alles gut. Was, verhext? Niemals, Jackie. Niemals. Was zappelst du denn da auch noch so rum, Mensch? Ja, ich wollte warten. Jens war doch schon hinter mir. Ja, aber das habe ich doch nicht gesehen. Mach die Augen auf. Ich mach vielleicht was anderes bei dir zu. Schon klar. Hecke auf, Dummy durch, Hecke zu. Oh, ich hab die schnellste Runde. Aber deutlich. Aber wie kann ich das gemacht haben, ey? Ich hab sowas von auch... Ich hätte glauben können. So, jetzt ist der Chris Erster. So, ja, reicht. Der Chris macht heute auch die Spieleliste, als Erster. Mein Fuh? Na, ich glaube, da haben wir nicht. So sicher wie Nüffe. Nüffe? Hab ich. Ich auch. Nüffe? Nüffe? Welche? Können wir euch niemals zusammenreißen? Nein. Go. Hast du noch Fragen dazu? No. Siehst du. Also. Oh, X80. Niemals. Doch. Niemals. Doch. Niemals. Also nicht. Die Bremse ist ja beste Freund. Die Bremse ist ja beste Freund. Ich hab'n Zentorno und ihr? Nix. Was haben wir aber so. Nee, ich bin mit meinem C20 gewesen. Himmel! Du bleibst hinten. Dann zeig' ich dir gleich, wer den Bremse ist. Ist mir egal, ich nehm' auch den Windschatten von den Alpen. Ich merk' das schon. Hauptsache, ihr nehmt meinen Windschatten. JENS! JENS! ALTER! Gott sei' scheiße. Okay, ich mach' die Schildkröte hier dem Ding. Das ist kein Thema. En, schieb' mich weiter! Was macht ihr denn da? Ich hab' mich angeschoben. Ich glaub', ihr habt alle ein Ding zu übersehen. No. Nein. JENS! 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 Bine? Was machst du? JENS! JENS! Das war nicht nett! Ach, wo will ich hin? JENS! Ich glaube, das war der Fallschule links. Ja! Ich bin zu sehr, zu weit links gefahren. Nicht anstupsen, lieb sein. Yeah! Boah, hier wäre der E-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Ja, wobei ich finde den X-80 trotzdem besser. Zum Glück sind die Straßen hier breit genug. Hier sind wir doch auch schon mal gefahren, oder? Oh nein. Es gibt so eine ähnliche. Los Jens, hol dir den Sieg! Aber nicht unverspielt. Okay. Hier kacke ich ja wieder ab. Hui, einer hat einen Abgang gemacht. Ja, der Jens, weil Jacky ist vor mir. Bist du auch seit der Klappe? Ich war nicht schon. Wir haben ja auch einen Abgang gemacht. Ja, nach dem Checkpoint. Jens, schieb mich! Jens, schieb mich! Nein, nicht schieben. Eindeutig Kuppelhasser. Ihr seid generell schuld. Und klar, gebt uns ruhig die Schuld. Den Rest könnt ihr überhalten. Das mache ich sowieso. Uh, Jicky! Schieb! Oh, mein Mensch hat mir doch nicht. Eins Spirale, zwei... Fiiiick! Wenigstens hat sie Spaß dabei. Mein Bauch schmerzt. Ich konnte da nix für. Ich musste so handeln. Entweder sie fahren ja alle. Fahren alle zu langsam. Oder sie fahren nicht. Alle vorne weg. Verhandelt. Super. Oh nein! Nein! Oh, das kann ja nicht sein! Dritten! Irgendwie ist diese Strecke übelst langsam. Und langweilig. Wo geht eigentlich? Hm. Mein Mechaniker hat für heute 450 Dollar passiert. 300 und 1500 Immobilien. Immobilien Nebenkosten, 2175. Assistenten, 300 Dollar. Sag mal! Vielleicht habe ich aber nix mehr. So, liebe Kinder. Und morgen, da lernen wir, wie wir vernünftig spielen. So. Scheiße. 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 Geschichte, ey. Ja. Man. Nervt es. Dann hätte ich Lotta... Lotta. 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 Ah, Lotta. Lotta gewonnen. Lotta gewonnen. Spinde. Ja, Funimo. Oh. Das war wirklich keiner ab. Das war wirklich keiner ab. Wenn du bist jetzt böse auf mich. Ich schätze doch. Der hat noch nie nicht mit mir gesprochen. Noch nie nicht und so. Noch nie nicht. Noch nie nicht. Es gibt immer einen. Ja, meine lieben Leute, also Hauterei bis zur nächsten Folge. Also Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020